Willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Mein Fehler? Wir sind Soldaten. Blöder Messertyp. Können Sie vorrücken? Zu gefährlich! Habt das Schwein! Schwerwärtsrufe ausgeschaltet! Ich bin tot. Dachte ich mir. Sollte vielleicht erst die Typen oben auf dem Boot plätten. Okay, weiter geht's. Ja, erstmal hallo. Ich wollte die Jungs gerade eben nicht beim Quatschen unterbrechen. Jetzt spielen wir weiter und wir sind auf der Suche nach Lugo, der in einem Flüchtlingscamp untertauchen möchte. Und ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Bei Spec Ops The Line. Und wir rücken immer näher an Conrads Hauptquartier ran. Und ich hoffe inständig, dass ich dem Typen am Ende von dem Spiel eine Kugel verpassen kann. Da hau ich sogar auf den Tisch! Dranaden, Sprengstoff voll. Feind bewegt sich! Feind verdreht sich! Wo ist denn der Nahkämpfer? Der kommt ja hin. Verdammt, ihr seid mir diese Wichser vom Leibhaus! Euer Hauptkontakt! Vorricht, sie weicht durch! Okay, Munition ist voll. Morte, hier ist eine ohne Entdeckung! Aaaaaah! Wir sind schwer unter Beschuss! Oh, diesmal habe ich es anscheinend besser gemacht. Verdammter Hund! Unschön. Vorsicht, der Sandsturm kommt! Jetzt kriegen wir auch noch einen Sandsturm. Super. Reiß dich zusammen, Adams! Wir zeigen es diesen Wichsern! Wenn der Sturm sich legt, haben die keine Entdeckung! Dann gehören sie mir! Keiner kommt! Halt! 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 Oh nein! Ich hier wieder auch durchgelaufen bin wie die wilde Sau, ne? Fühlst du dich schon wie ein Held? Also diese Zwischenfragen hier in diesen Ladescreens, die möchte ich wirklich um alles in der Welt vermeiden. Die sind ja so... Der Walker ist auch schon ein bisschen verkrustet. Hat der überhaupt noch ein Gesicht? Ein bisschen Bart erkennt man noch. Oh nein, nicht schon wieder von hier, von Anfang an. Oh, Entschuldigung. Ein flattriger Daumen. Aufpassen! Da bewegt sich was! Schmerzt eure Augen auf! Ich werde hier fatt gemacht! Haltet sie mir kurz vorbleiben! Hab ihn! Er ist ungedeckt! Tendo am Boden! Na, machst du mal Kuckuck? Kuckuck! Kill ist bestätigt, verdammt! Rücke vor! Aufpassen! Oh Mann! Jetzt bin ich schon wieder tot! Was mach ich denn? Was mach ich denn? Das ist aber auch... Das ist ja schrecklich zum Anschauen. Es tut mir leid. Es ist alles deine Schuld! Ja, ist es auch. Weil ich scheiße spiele grad. Ich will da einfach nur schnell durch. Ich hab keinen Bock mehr, so viele Feinde zu töten. Ähm... Mann... Ärgert mich das? Dum 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 dum. Ich hab Hunger. Ich muss mir was zu essen kochen. Also gut, wir machen das jetzt nochmal anders. Kommt mit Messer zur Schießerei! Wir sind schwer unter Beschuss! Granate! Vorsicht, sie brechen durch! Schwerer Trouper ausgeschaltet! Wiederholer Trouper ausgeschaltet! Trouper ausgeschaltet! Wo ist die Granate? Aufgefressen. Hab ich gefangen. Und in den Mund gesteckt. Der ist der Nächste! Der ist tot! Da hört sich was! Vorsicht, der Sandsturm kommt! Das hat uns doch geflogen. Das hat uns doch geflogen. Vorsicht! Ich komm nicht weg! Scheiße! Reiß dich zusammen, Adams! Wir zeigen uns diesen Wichser! Wichser! Wenn der Sturm sich schlägt, haben die keine Deckung! Dann gehören sie mir! Haltet sie mir kurz vorbleibt! Halt, bewegt sich! Vorsicht! Ich seh nix. Ich seh nur Sandsturm. Granaten! Er ist ungedeckt! Muni! Ja, Gottverdammt! Tender auf dem Schiff! Aufpasst, Morka! Noch einer! Oh! Tender an Morden! Morka, wach auf! Ich schnapp sie mir! Die inkommen wir nicht! Rechts! Woher wollt ihr jetzt? Zurück, zurück! Zurück, zurück! Also, was nehme ich denn für eine Waffe für die hier? Wie viel hatten die? Die ist aber... Die mag ich sehr gern. Probieren wir's mal jetzt mit dieser P90 da. Brücke vor! Gegner erledigt! Das waren alle. Geht's jetzt besser? Kein bisschen. Los, finden wir Lugo. Guter Plan. Funk ihn an und sag ihm, wir kommen. You, Lugo, kommen! Adams! Adams! Oh, scheiße! Lugo, was ist los? Fuck! Ich brauch Hilfe! Die kommen her! Oh, scheiße! Lugo! Die Kunde alle gekriegt! Hä? Wo ist du? Wo ist du, Velham-Kurl? Oh Gott, was geht denn jetzt? Velham-Kurl! Wir bleiben Schweine! Weg! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Scheiße! Zerschießt es! Alle zurück! Los! Komm, Lugo! Hoch mit dir! Hört ihr! Zurück! Los! Los! Zurück, sag ich! Heil und Worte! Atme, Lugo! Die wollen dich hören! Verdammt, atme! Wie geht's ihm? Antwort, Lugo! Komm schon, Lugo! Atme, Lugo! Atme, dennoch! Ja. Zurück! Oder ich eröffne das Feuer! Verdammt! Verdammt! Ja. Die Scheiß-Wixler hauen nicht ab, Lugo! Schließen uns rein! Verdammt, Lugo! Oh, je, Mini! Nee, äh, an dieser Stelle muss ich mal... Ich brauch mal ne kurze Pause. Bis dann!